Hi, ich bin Alex. Ich habe mir Pace gekauft. Pace ist ein kleiner Dongle, dem man auf die UBD2-Schnittstelle vom Auto steckt. Mit Pace hat man die Möglichkeit, sich Daten vom Auto via Bluetooth an sein Smartphone, genauer gesagt an die Pace App, zu senden. Man bekommt sie dort angezeigt und hat mit der Pace App noch verschiedene andere Möglichkeiten. Ein Firmenvideo könnt ihr euch rechts oben in der Ecke anschauen bzw. draufklicken und dann seht ihr es. Neben dem Pace Link One habe ich mir noch den Pace Mount, also die Handyhalterung von Pace bestellt. Ich werde beides in den nächsten Wochen ausprobieren und euch in Videos zeigen, was man damit sehen kann, wie es funktioniert und was ich euch sonst noch zeigen kann. Viel Spaß beim anschauen.